Vier Jahre sind vorbei, und schon darf die 39-Jährige als Beweis für gelungene Migration wieder auf die ZDF-Bühne. Die Helene Fischer Show 2023 versammelt viele Stars um den einzigen Mittelpunkt. Dass Fischer fast überall mitsingt, führt die Sängerin allerdings auch an ihre Grenzen. Vier Jahre sind vorbei, und dann steht sie da, goldfarben im Scheinwerferlicht, ein wenig wie eine chentergerechte Oscar-Sternchen in Helene Fischer. Das ZDF lässt sich nicht lumpen. Tänzer, Nebel, Glitzer, Hebebühne, für die ersten Minuten dieses Comebacks in Düsseldorf wird alles aufgefahren. Das ist so ein warmer Applaus, freut sich der vor 39 Jahren in Sibirien geborene Beweis, dass Migration gelingen kann. Nach 20 Minuten wird schon emotional. Der erste Gast in der 10. Ausgabe der Helene Fischer Show ist Beatrice Egli. Turmhohe Plateausohlen bringen die Schweizerin auf Augenhöhe mit Fischer. Stimmlich könnte Helene Fischer ein paar hohe Schuhe gut gebrauchen, als sie zum Duett mit der Niederländerin Emma Kock antritt. Die 15-Jährige muss künstlich ernährt werden. Weil ihr Magen nicht arbeitet. Ihr Preisgeld vom Gewinn zweier Castingshows hat sie in eine Stiftung investiert, um ihren Beitrag zu leisten. Dass die unheilbare Krankheit eines Tages vielleicht doch therapiert werden kann. Die Kraft ihrer Stimme schafft Hoffnung. Gut, dass sich keiner auf der Bühne festklebt. Dann geht's ins Barbie-Bett mit Helene. Ein überdimensioniertes Herz ist hinter die Liegefläche montiert. Im kurzen Leibchen schält sie sich aus der Decke. Pinkfarben hat man ihr ein Haus gebaut. Sie steht auf. Sie zieht sich an. Der Reißverschluss klemmt ein wenig. Doch dann kommt der Schauspieler Tom Beck, wechselt ganz in blond von Alarm für Cobra 11 ins Barbie-Land und gibt den Rhein-Gosling für Arme, der sie ins Cabrio zieht. Und schon wird's politisch unkorrekt. Auf der Autobahn mit 300 fahren, singt Helene Fischer. Das kann ich nur mit dir. Gut, dass sich in dem Moment niemand von den Klimaaktivisten auf dem Bühnenboden festklebt. Fischer klingt dann doch zu oft nach Fischer. Helene Fischer kann sehr viel. An ihre Grenzen kommt sie als Sängerin durchs Konzept ihrer Show. Fast überall singt sie mit. Neben Beth Dito und Gossip bestehen zu wollen, ist ambitioniert. An der Seite von Dave Stewart die Eurythmics-Hits vorzutragen und das auch noch am Geburtstag des Originals Annie Lennox, ist überambitioniert. Da stürzt Fischer nicht nur im Vergleich zur Oscar-Preisträgerin ab. Auch gegenüber der Australierin Vanessa Amorosi, der neuen Partnerin an der Seite Dave Stewart's, fällt sie durch. Allzu sehr klingt Fischer einfach immer nach Fischer. Vielleicht deshalb ist zur Halbzeit der Show um 21.45 Uhr, atemlos, fällig, in der aktuellen Fassung mit der Rapperin Shirin David. Auch da hab' ich das Gefühl, dieser Song ist irgendwie zeitlos. Hebt Helene Fischer ihren Hit auf eine Stufe mit, Sweet Dreams, Armada of This. Na ja.